Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Kronen Exiles ja was machen wir in dieser Folge in dieser Folge ich habe mir gedacht wir gucken mal ob wir uns noch einen Schieferrücken zähmen das wäre so der nächste Schritt wir brauchen ja noch ein paar und ihr könnt mal sehen also da kommen ja verschiedene ich habe jetzt schon mal zwei Stück habe ich ja schon mal gezähmt und ich habe jetzt hier einmal den mächtigen Schieferrücken das ist eigentlich der den wir haben wollen am Ende und hier soll ich sage jetzt mal Nummer 1 ja also wir können es einfach vielleicht mal ich gehe jetzt hier einfach mal so rein und ihr seht der hat jetzt hier leben 579 der normale und der mächtige der hat 2350 also der zieht schon ganz schön durch ja so einen wollen wir eigentlich gerne haben und ich finde wir machen uns wir gucken ob wir noch einen kriegen vielleicht und ich muss eh noch ein Tier fähig irgendwie aufbauen wenn ich noch ich will das ja gerne auch mit Hyäne und da gibt es ja auch überall so also man kann ja wahnsinnig viele Tiere hier in Kronen Exiles zähmen das ist mir am Anfang gar nicht bewusst gewesen und die bewachen ja auch und wer weiß ich muss mich ja vielleicht auch langsam auf die Säuberung ein bisschen vorbereiten da kann ich sie bestimmt gut brauchen so ich muss jetzt aber erstmal ein Tier fähre ich irgendwie die mache ich ja in der normalen Werkbank nee in der Werkbank des Zimmermanns baue ich das so also wir können mal gucken einfach vielleicht mal für diejenigen von euch so ich gehe mal hier so und wir suchen wir brauchen also ein Tier fähre ich fähre ich so und dann finden wir hier eben den bändiger Lehrling und da ist das ganze mit drin so ich muss vorher den leib eigenen fänger muss ich vorher haben ja und dann kann ich den Tier fähig machen wir werden auch noch leib eigene fangen denken wir in der nächsten folge aber in dieser folge kümmern wir uns mehr um den Tier fähig ich werde jetzt auch nicht den großen bauen ich glaube ich werde den kleinen der ist nur für ein da kann man auch mehrere Tiere eben rein legen dann hat man natürlich ein paar mehr versuche ich weiß gar nicht könnt ihr mal gucken was brauche ich denn für den großen der ist natürlich wahrscheinlich wahnsinnig riesig groß ja aber ich will ja nicht die ganze zeit nur Tiere fangen das heißt ich denke mal so einer nach dem anderen reicht mir dann auch wenn immer den kleinen 75 stein holz und ein bisschen zweren also das ist auch überschaubar so 75 stein war das ne ich habe schon wieder vergessen was ich habe schon wieder vergessen 75 stein 100 ok so 75 also brauchen wir 75 80 ist auch egal so 75 so ok dann brauchen wir 100 ja dann brauchen wir noch ein bisschen zwirn zwirn war gar nicht viel oder zwirn war noch ganz wenig oder ich mach mal 14 mit so das legen wir doch hier mal rein das kommt da einmal rein und das kommt da einmal rein das kommt da einmal rein und dann müsste ich dir noch eigentlich bauen können ja genau ich baue mal ein es wird noch einen moment dauern es geht eigentlich ganz schnell also aber nur ein klein ich weiß noch gar nicht so ganz ich habe mir überlegt also ich muss ja noch also ich weiß jetzt ja mittlerweile also mal kann man immer die hingestellt hat kann man die nicht einfach wieder so aufsammeln sondern die gehen kaputt da hinten habe ich ja quasi für die leib eigenen so und ich denke mal ich werde das wohl hier irgendwie so aufbauen das hat natürlich wahrscheinlich den haken also die steine und bäume die werden dann natürlich nicht mehr respawn das vielleicht ein bisschen schade also ich würde mich hier so ein bisschen von den ressourcen dann abgraben ich könnte das natürlich auch nach da oben bauen aber will ich eigentlich gar nicht wäre ja eigentlich egal aber ich will das auch nicht hier aufbauen weil ich möchte mich vielleicht falls ich das noch brauche den platz möchte ich mich hier zumindest noch ein bisschen in die richtung erweitern können deswegen lassen wir das ich weiß noch nicht wie lange wir hier bleiben wenn natürlich irgendwann mal neuen plot irgendwie uns irgendwie suchen wenn ja noch mal eine neue basis machen da wird es da wahrscheinlich auch ein bisschen größer hoffe ich so aber das wird ja noch ein bisschen dauern wir wollen jetzt mal so ein bisschen zu die basis hier eben herstellen und ich denke mal das ist hier eine gute sollte der darf aber gerne dahinten weiter ausbauen also muss ein bisschen aufpassen ich glaube wir machen mal hier gleich ein bisschen frei ja wir sagen wir den jetzt erst mal ein da machen wir da ein bisschen frei machen wir den dahin so ist fertig ist so fertig er ist fertig schnappen wir auch dann mal mit wird ja ein bisschen was wiegen oder es geht so also machen wir hier jetzt einfach mal ein bisschen platz so ich könnte den ja auch hier vorne das ist ja gar nicht so das problem ja da können wir uns glaube ich genug er hat zur not muss er dann weg ne also das ist dann das wäre dann ebenso ich will jetzt hier eigentlich nur ein bisschen platz machen dafür so und die nehme ich auch mal mit und dann will ich das noch haben und ich glaube dann haben wir hier nachher gleich einen schönen bereich wo wir sagen können da kann man ihn gut hinstellen dann wäre das eben hier also nicht zu weit weg ja habe ich das schon eingesammelt doch mal das ist doch eigentlich schönes plätzchen wenn wir den so da vorne aufbauen oder müsste eigentlich weit genug von allen weg sein das heißt also zumindest den kram da hinten kriege ich noch ja das müsste eigentlich gutes plätzchen sein ja so bauen wir den mal auf weil der ist nämlich gar nicht mal so klein so ich möchte den so ein bisschen in die richtung aufbauen überlagerung ach so das ist jetzt das gut dann gehen wir da ein bisschen rüber guck mal das ist doch ein schönes plätzchen oder ja hier finde ich das eigentlich ganz gut so jetzt wollen wir einen schieferrücken schieferrücken fressen so diverse sachen aber äh und da können ich sag mal gibt es eine bestimmte wahrscheinlichkeit dass da so ein mächtiger schieferrücken draus wird und das kann man noch ein bisschen beeinflussen mit entsprechendem äh futter tatsächlich so und das werden wir uns jetzt auch erstmal besorgen so so also ihr könnt auch also die fressen grünzeug ne also von daher könnt ihr auch grünzeug reinmachen das tut es auch am anfang also überhaupt gar kein problem und dann hat man auch einen begleiter der einen ja auch überall hin überall hin mit geht so was wir suchen ist da bin ich richtig so ich nehme mal die insekten nehme ich mal mit weil die insekten brauche ich nämlich als köder für das gute lieblingsfutter so na klar hätte ich jetzt die große gebaut und ich hätte sie auch bauen können ich schätze mal weiß ich über den daumen die wahrscheinlich dreimal so groß gewesen ähm dann hätte ich natürlich mehrere chancen gehabt so habe ich immer nur eine und zwar brauchen wir hier unten äh so eine fischreuse da so eine schalentierfalle und als köder für die schalentierfalle kommen die insekten da rein so ich nehme die gleich mal mit äh quatsch da können ruhig alle rein so das kann ich ruhig mal mitnehmen und das nehme ich auch mal mit und das nehme ich auch mal mit so und dieses exotische schalentier das ist das was wir gerne haben wollen also die essen so diverse schalentiere das ist überhaupt nicht so das problem aber dieses exotische schalentier das ist das was die chance ein bisschen erhöht ich glaube dann haben wir eine chance von 10 prozent 10 oder 15 dass da so ein mächtiger draus wird was wir da groß ziehen und haben wir das andere futter alles äh dann sinkt die chance auf 5 prozent glaube ich also deutlich geringere chance das heißt wir müssen viel mehr versuche machen um überhaupt so einen mächtigen schieferrücken da irgendwie rauszukriegen und deswegen nehmen wir natürlich den wie gesagt insekten sind dann die köder dafür und ihr braucht für diese schalentierfalle ähm talente gucken wir mal schalentier tierfalle so jetzt muss ich mal hier braucht ihr den fischer und da könnt ihr dann nämlich die schalentierfalle äh bauen und ich will auch mal ganz kurz gucken kann ich die hier auch schon kann ich die hier bauen oder brauche ich dafür eine äh schalentierfalle auch geformtes holz dafür da brauchen wir ja hier die werkbomb des möbelmachers weiß ich gar nicht ähm und zweren äh das tischler tischlermeister dingsbombs ne brauchen wir ja dafür so und da können wir einfach von zeit zu zeit mal gucken also das geht eigentlich auch relativ fix ja ich hab zwei stück da unten so da seht ihr schon hier haben wir ein schmackhaftes schalentier aber ich will das exotische da auch naja dauert vielleicht noch einen moment denn aber da gucken wir mal gleich wir haben hier eins das ist auch okay so und da brauchen wir jetzt ein jungtier also da müssen wir ein jungtier reintun und das wächst dann ich habe hier übrigens bei den einstellungen äh nicht dass ihr euch wundert so äh einmal hier die einstellungen so und hier die serveroption da habe ich bei ähm ich muss ja immer ich glaube begleiter und hunger ist das tierfertigungsmultiplikator den habe ich ziemlich runter gesetzt genau genau einfach deswegen weil ich da natürlich gerne wollte ähm sowas gibt es glaube ich auch bei den begleitern also ich habe den nahrungsbehälter habe ich hochgesetzt und den habe ich ein bisschen runter gesetzt und irgendwo meine ich gibt es das ganze auch noch für die leibeigenen äh die habe ich auch runter gesetzt äh was das eben angeht einfach ich glaube bei ernten ist das oder landbesitz erntemengen nee handwerk irgendwo ist es müsst ihr mal gucken irgendwo ist es nämlich auch drin da gibt es glaube ich auch noch so eine einstellung wenn ich mich nicht irre für äh die überzeugung von leibeigenen ich weiß gar nicht muss direkt gucken überleben spielverderbnis nee das wollte ich auch nicht bleibeigenen aufwachzeit so müsste irgendwas sein was ich auf alle fälle irgendwie runter gesetzt hätte ernten ja ich finde es jetzt gerade nicht ist aber auch egal die aufwachzeit habe ich ein bisschen hoch gesetzt damit ihn nicht ständig damit ich sie nicht ständig wieder k.o. schlagen muss da leibeigenen bekehrungs geschwindigkeits multiplikator den habe ich auch runter gesetzt dadurch geht das ein bisschen schneller gerade ich finde gerade im single player macht das nicht so viel sinn da über ewig drauf warten zu müssen so jetzt brauchen wir gleich nochmal ein jungtier ich will da noch einmal oh guck mal da ist auch eins und das starten wir einfach mit e so jetzt gucke ich einmal wenn natürlich ein erwachsenes tier also auch die weibchen in der nähe sind gibt es ein bisschen ärger ja so und jetzt öffne ich hier mal mit e fupp und äh dann kommt das jungtier der quasi rein und jetzt lege ich nur exotische schalentier sonst würde der natürlich alles fressen ist aber irgendwie verschwunden habe ich das jetzt benutzt oder was ja man weiß es nichts wenn er nichts zu fressen hat ist natürlich auch blöd das heißt ich suche jetzt nochmal was zu fressen ich hoffe mal dass da schon wieder eins drin ist ist natürlich immer ein bisschen zufällig und äh im dunkeln übrigens findet man die schlecht wieder da sind sie so allerdings auch nur weil ich ungefähr weiß ich nehme jetzt auch nur die mit so da war noch ein zweiter guck mal hier haben wir nämlich sogar zwei drin die legen wir dann nämlich rein so damit er mir nicht hier verhungern muss fupp und der wird hier nämlich schon bekehrt und da liegen wir nämlich achso weil das erste schon gefressen hat deswegen wahrscheinlich war das auch sofort weg ich lege jetzt die hier eben auch rein und ihr seht schon hier an den Balken es dauert einen Moment ja so ich könnte mir jetzt zum Beispiel wenn ich das wollte könnte ich mir noch ein zweites Jungtier fangen so da musste ich mal kurz husten habe ich kurz den Ton ausgestellt ähm könnte mir noch ein zweites zum Beispiel schon mal fangen hier müsste ich mich jetzt aber erstmal mit dem Muttertier auseinandersetzen so und dann wenn da das große raus ist dann könnte ich das natürlich rausholen und könnte natürlich hoffen wenn da noch Schalentiere übrig sind äh da könnte ich gleich das nächste eben reinlegen so ihr seht schon aber es geht auch relativ schnell so drei müssen eigentlich sogar reichen ich will mal gucken gehen wir nochmal runter so das ist natürlich ein bisschen blöd im Dunkeln ne also am besten bereitet man sich ein bisschen besser vor Autsch also die müssen auch unter Wasser platziert werden da drüben sind sie ich weiß es einfach guck mal da ist noch einer so ich nehme jetzt mal alle mit den nehmen wir mit so und da sind auch noch genug oh ich habe das Gefühl da war doch tatsächlich die Luft ein bisschen knapp so die lege ich da eben auch rein also muss jetzt nicht sein kann natürlich sein dass ein normaler draus wird aber dann wäre dem so so und den Rest ja den Rest den kochen wir einfach so ist schon ganz schön muckelig hier ne ich muss noch ein bisschen dekorieren das mehr also auf alle Fälle so guck mal da kommen die da mal rein und die da mal rein so und dann kannst du die mal hier kochen, braten was auch immer so und wir brauchen natürlich später also weil die eben auch essen brauchen wir auch so einen Futtertruck den müssen wir eben aufbauen da ist auch noch Wildfleisch drin ich hatte auch mal eine Hyäne die ist aber tatsächlich bei so einem Kampf gegen so einen Monster schiefer Rücken also der war da hinten gespawnt das Weibchen da hinten war so eine böse Variante aber ich kam schon mit der klar also wie gesagt sonst einfach aus hatte ich in der letzten Folge gesagt einfach mal kurz auslocken geht dann eben auch dafür ist da noch das Wildfleisch drin und Pflanzenfaser weil die das fressen und ich kann eben auch sehen wer davon ernährt wird das heißt also wenn die zu weit weg stehen dann würden die dann nicht mehr ernährt werden das ist zum Beispiel eine Variante die könnte ich auch hier vorne irgendwo hin bauen weil ich die Wächter ja wahrscheinlich auch hier irgendwie haben werde ich weiß auch noch nicht wir müssen uns ja irgendwann auch mal auf die Ersäuberung vorbereiten da bin ich mir zum Beispiel noch gar nicht sicher wie wir das eben machen klappt eben auch mit Hygienium das weiß ich schon guck mal es dauert trotzdem noch so eine Zeit ich hätte es natürlich noch kleiner stellen können aber zu klein wollte ich das auch nicht stellen so und deswegen habe ich das so auch gelassen so guck mal jetzt wird es doch schon wieder hell jetzt könnte ich unten nochmal bei der Fischreuse gucken ob da noch was ist wo waren die da drüben ist ja keine Reuse ist ja ah ja gut nehmen wir das aber man braucht schon ein paar Insekten manchmal ist natürlich gerade wenn du sie brauchst ja ist das immer so dann gehen da andere Trier in die Falle immer so quasi mit allem so mal gucken und dann nehmen wir mal einen mit gleich nochmal ach hier wollte ich gar nicht her ich wollte doch hier guck mal ist auch echt fix ne also diesmal fleißig dabei also das muss ich echt lassen immer fleißig dabei hatte ich die vorhin gar nicht reingelegt so bestimmt lecker ich könnte mal was essen oder ach ich erst mal zwei ist ja auch gesund ne so satt bin ich auch was habe ich alles dabei also ich habe ja Stein und Holz er hat draußen gefahren das können wir nochmal schnell aufräumen so also die klassischen Sachen die habe ich mittlerweile alle hier in dieser Truhe hopp und äh na der kommt da ja immer so die Hälfte mit der Shift Taste macht er immer die Hälfte könnte natürlich noch ein bisschen einstellen aber es geht dann schneller lieber ein paar mal so zu machen und äh der Rest naja Steine Steine brauchen wir auch nicht ein bisschen was habe ich immer dabei ich werde es reparieren ihr wisst schon besser ist so können wir eigentlich auch gleich mal schnell machen na so reparieren 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 und da gucken wir nochmal da ist fertig würde ich sagen oder also ist jetzt zumindest kein mächtiger geworden ja in Anführungszeichen nur ein normaler und den kann ich jetzt hier quasi rauslassen ich könnte sie da natürlich drinnen lassen aber den kann ich mir jetzt auch eben hier rausholen und man kann den einmal irgendwo platzieren und dann ist er da so und dann platzieren wir den einmal man kann ihn leider danach nie wieder oder ist ja auch irgendwie logisch nicht mehr ins Inventar packen und jetzt ist er eben da also das ist jetzt ein normaler Schieferrücken so und den nehmen wir einfach mal mit also ich sag mal die zwei reichen mir jetzt so den werde ich jetzt einfach mal sagen wir können hier noch ein paar Einstellungen machen Verhalten äh Taktik bleiben verteidigen Nahkampf bevorzugen Fernkampf also Fernkampf hat er ja nicht ne ich weiß nicht ob das überhaupt was bringt bei dem was haben wir hier noch so Aktivität bewache mich Bereich bewachen alle Gegner angreifen Angreifungsinstanz Verwaltung nichts angreifen also wir haben hier so ein paar Einstellungen eben ähm ich würde mal sagen alle Gegner angreifen und äh was haben wir noch also alle Gegner angreifen ist schon so eine Geschichte also wenn man ich denke mal bewache mich dann wird er nur die angreifen die mich angreifen wenn man jetzt mit dem durch die Gegend rennt und er greift alles an was sich irgendwie bewegt ist manchmal schon bisschen nervig ja aber wir machen das ne wir machen das nicht wir machen das einfach mal Aktivität äh bewache mich das finde ich ganz gut ne doch komm wir machen alle Gegner angreifen was soll das jetzt so alle Gegner angreifen und dann haben wir natürlich noch so eine Folge Geschichte also wie nahe da dran sein soll also er soll natürlich sehr in meiner Nähe bleiben das möchte ich ganz gerne oder würde ich doch sagen folgen wir doch einfach mal ja so ich könnte mir vielleicht schon mal selbst ne Waffe weil äh der wird uns ein bisschen Ärger machen jetzt weil er eben alles angreift so da hinten ist doch glaube ich sogar der andere Schieferrücken ich bin gar nicht ganz sicher da ihr seht schon also weil der fängt nämlich dann plötzlich an alles anzugreifen was manchmal echt schon ein bisschen nervig ist so aber der kassiert auch ordentlich ein natürlich aber wie gesagt das ist natürlich auch schon äh nur Unterstützung und die steigen eben auch Stufen auf also eigentlich ganz praktisch so der hat ja noch ein bisschen so aber das ist eben der Haken wenn man sagt die sollen eben alles angreifen ne weil normalerweise der hätte mir nichts getan da hätte ich so dran vorbeilaufen können so wer macht hier so einen Krach na der da ja auf alle Fälle nicht oder so ich könnte ja eigentlich mal die Fackel schon mal wieder hinlegen oh schön die legen sich miteinander an kann ich in Ruhe zugucken so und dann kann ich hier noch aufräumen ja immer muss ich aufräumen was soll das ja so aber ihr seht schon klappt eigentlich ganz gut ich kann mir den jetzt auch mal angucken also der hat hier eben auch Erfahrungspunkte dafür bekommen äh das klappt dann schon ganz gut ach da sind noch welche oh jetzt also bisher müssen wir natürlich mitkämpfen so leider gibt es hier sowas wie Friendly Fire so der ist aufgestiegen gibt es hier leider nicht das heißt wenn ich jetzt hier irgendwie zuschlage meine ich bekommt der auch Schaden oder äh 230 wir hauen ihm nochmal eine ne scheinbar doch nicht ich hatte mal das ich hatte mal die Befürchtung ne gar nicht wahr so wenn man die nicht mehr haben will dann kann man hier überhaupt sagen äh warte mal Wache halten können wir natürlich sagen Werte verhalten Inventar öffnen abbrechen nicht mehr folgen so und dann können wir das Band brechen dann verschwindet der übrigens ne also der wird nicht aggressiv greift dann an ich hab's ausgetestet ich war mir nicht ganz sicher so dann kommen wir mit wir rollen jetzt aber erstmal hier auf zack so dann wisst ihr ja vielleicht noch so aus den letzten Folgen was ich total blöd fand ähm so komm mit komm komm ist hier überhaupt noch irgendwo ein Junges dann würde ich das vielleicht tatsächlich sogar noch mitnehmen oh da war ich da muss ich so was ich ja so also ich sag mal die folgen einem die Monster folgen einem ja nicht ins tiefe Wasser ähm und dann hatte ich ich weiß gar nicht was hatte ich zuerst ich weiß ich hatte ich einen Schieferrücken zuerst ich glaube er hat einen Schieferrücken mitgenommen und da war ich natürlich ins Wasser gegangen ich wollte da ja mal rüber und mal gucken wie die sich so machen und dann drehst du dich um und stellst plötzlich fest Mist das kommt nicht mit ja ich hab gedacht ach was soll ich denn damit soll ich jetzt überall eine Brücke bauen hab gedacht so ein Quatsch und äh irgendwann hab ich das aber mal ausprobiert und bin dann mal wirklich einfach rüber und tatsächlich ist es so dass die dann sich äh hinterher teleportieren ich find's zwar ein bisschen unlogisch ja äh aber ist vielleicht doch ganz gut so ich mein wenn die Tiere alle nicht ins Wasser gehen äh dann ist das natürlich vielleicht auch ganz sinnvoll so äh dass das genau so ist wie es ist so da hinten haben wir noch so die kämpfen wir jetzt ja momentan noch mit dem Krokodil lassen wir auch au da hab ich ah da hab ich nicht so schnell weg da hab ich nicht aufgepasst aber ihr seht schon also so ein ist schon ganz praktisch ja wie sieht's da mit dem Lehm jetzt aus bei dem so ah der ist noch voll also die tanken natürlich auch relativ gut auf Stufe 2 und die kann man schon gut mitnehmen also der hilft einem schon ne das wollte ich nicht ich mag die ja immer nicht zerstückeln ne was hat er denn dabei oh Glas Pflanzenfaser so also ich esse jetzt keine Maden mehr ich hab in der Regel hab ich genug zu essen dabei so ich weiß gar nicht wo hast du denn den anderen verbannt hast du den aufgefressen oder liegen hier noch irgendwo liegt noch irgendwo was rum ne scheinbar aufgefressen ja manchmal findet man die nicht wieder ne manchmal sind die so schnell weg ist mir aber auch schon passiert hab einen erledigt und konnte dann nichts mehr hab nichts mehr davon gefunden so Pilze können wir hier nochmal mitnehmen hab ich eigentlich Pilze oder sind die alle verschimmelt was hab ich mit den Pilzen gemacht ich glaub ich hab gar keine mehr ne oder das könnte durchaus sein so ja da war ja nichts mehr ich mag die nicht zerstückeln also äh man kann die wohl auch benutzen zum verfüttern an die Tiere aber ich weiß ich nicht das ist mir noch ne das mag ich nicht so und das kann man jetzt eben ein paar mal machen ne auch wenn es gut läuft da hinten sind die auch wieder gespawnt jetzt und wenn es eben gut läuft so du kannst jetzt hier eigentlich äh nicht mehr folgen ich möchte eigentlich lieber verhalten Aktivitäten ich möchte lieber alle Gegner Bereich bewachen so und dann möchte ich gerne wenn ich mehr folgen hast du sowieso so alles gut ja doch ich hab äh Folgen noch drin so kannst ruhig da bleiben bleib mal da also E-Taste gedrückt halten so und der bleibt jetzt hier und hält eben die Augen auf ja und das können wir jetzt eben ein paar mal machen können wir uns immer welche schnappen ich könnte natürlich da hinten auch so ein so ein Jungtier schnappen und dann gleich ins Wasser verschwinden dann hab ich mich zumindest mit dem da hinten nicht angelegt äh wäre natürlich auch eine Möglichkeit äh hat auch so seine Vor- und Nachteile so aber äh das ist eben der Trick mit dem exotischen Schalentier kann das eben klappen und wenn man dann so ein paar von diesen Mächtigen hat dann nimmt man natürlich lieber die mit und äh von denen trennt man sich dann weil man darf nicht vergessen also man muss sie ja auch immer füttern jetzt hab ich natürlich das Glück die fressen Pflanzenfasern das ist nicht so dramatisch und die werden davon eben äh dann versorgt ja genau das wollte ich sagen so liebe Leute das war's also wir haben jetzt hier unsere Verteidigung noch ein bisschen besser auf ich könnte natürlich noch ne lassen wir noch ein bisschen und ich denke mal wir werden uns äh beim nächsten Mal äh tatsächlich mal schauen ob wir nicht noch irgendwo leib eigenen besorgen dann zeige ich euch das gleiche auch nochmal wie das funktioniert und ich glaube dann sind wir ja so auf dem Stand dass wir dann sagen können also dann hab ich alles sowas so zwischen den ersten sechs Folgen dann der letzten Folge und äh dieser Folge dann hab ich alles so mein Wissensstand euch auf Vordermann gebracht äh was das eben angeht und dann gucken wir dass wir weitermachen also dann werden wir Metallwaffen bauen dann werden wir uns mal umgucken dahinten ist ja noch diese Höhle da hab ich noch ne Rechnung offen da will ich natürlich auf alle Fälle gerne rein und dann schauen wir mal wie es weiterläuft ich würde mich freuen wenn ihr dabei bleibt schreibt mir gerne in die Kommentare vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal